Hi, mein Name ist Marco Lorreins. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Zugang zu deinem Unterbewusstsein bekommst und jederzeit an deinem Unterbewusstsein Programmierungen setzen kannst. Hi, wie schon erwähnt, in diesem Video wird es darum gehen, dass du in dein Unterbewusstsein gelangst, bewusst eine Technik, die ich dir vorstelle, und in diesem Unterbewusstsein, wenn du dann drin bist, wirst du lernen, wie du in 6-Hertzebene herum direkt Manipulationen und Veränderungen an deinem Unterbewusstsein durchführen kannst. Du kannst dir das Ganze wirklich so vorstellen, du schließt deine Augen, gehst die Kellertreppe runter, öffnest unten einen Computer, programmierst dich um, dein Verhalten, deine Strukturen, deine Gewohnheiten usw., drückst auf Speichern, gehst die Treppe wieder rauf, machst die Tür zu, machst deine Augen auf und du wirst ein neuer Mensch sein. Wie geht das? Das geht mit Hypnose. Mit einer Hypnose-Technik, die ich entwickelt habe, und dazu habe ich eine eigene Frequenz entwickelt, und zwar Master Your Subconsciousness, das neue G3. Das war ja früher, hat es geheißen, Remember Your Dreams, also wo du deine Traummelderung verbesserst, aber ich habe diese Technik verbessert und optimiert und auf ein ganz anderes hypnotisches Level gehoben und musste sie dann komplett umbenennen in Master Your Subconsciousness, also meistere dein Unterbewusstsein. Und die Technik geht so, dass du, wenn du das Gate-Programm von mir kennst, also wo du lernst, wie du Gedanken kontrollierst, wo du lernst, Visualisierung sehr zu verinnerlichen und zu vertiefen, also durch Gate 1 und durch Gate 2, das sind so die Bausteine. Also sprich, du lernst in Gate 1, in den Zustand der Alpha-Frequenz hineinzukommen und Theta-Frequenz, sprich, in den kompletten gedankenlosen Zustand zu gelangen, durch das Codot Blue und durch die Visualisierung des braunen Himmels. Durch das neue Gate 2 lernst du, sehr, sehr intensiv zu visualisieren und deine Chakren zu öffnen, dein Energiesystem aufzubauen, was du benötigst, um in dein Unterbewusstsein zu gelangen, um dort Veränderungen durchzuführen. Und in Gate 3 werden wir dann mit den ersten zwei Bausteinen, die sind zwar nicht zwingend notwendig, um Gate 3 anzuwenden, es ist nur eine Stütze und baut aufeinander auf, wirst du dann lernen, mit der Methode, die ich dir gleich vorstelle, sozusagen in diese dritte Ebene zu gelangen und sozusagen in dein Verhalten, deine Strukturen usw. zu verändern. Das Ganze geschieht so, wie du es von Gate 1 und 2 kennst, wo du dann in deine Holzhütte gehst, wenn du natürlich jetzt durch das neue Gate 2 sehr, sehr intensiv visualisieren kannst, wird das dann sehr, sehr spannend. Du gehst wieder in deine Holzhütte und dann gehen wir durch eine Reise. Wir gehen dann auf die Insel, die du vielleicht schon kennst, wandern dann über das Meer mit dem Boot zu der Insel. Auf dieser Insel wirst du dann, wir machen natürlich vorher noch Visualisierungen und Verinnerlichungen des Ganzen in 3D-Raum. Und auf der Insel wirst du dann auf den Berg gehen und vom Berg oben wirst du dann runterspringen, durch eine Höhle gelangen, in der Höhle Treppen runtergehen, dann in den Aufzug hinunter. Und im Aufzug wirst du dann sozusagen in einen Lichtraum kommen, wo Zeit und Raum nicht existiert, wo dieser Raum aber dein Unterbewusstsein repräsentiert. In der Hypnose gibt es so typische Unterbewusstseinsbefragungen und Veränderungen. Und das machst du durch Unterbewusstsein und durch Zusammenarbeit mit deinem Überbewusstsein. Und das ist im Prinzip eine Hypnose, die dich in dein Unterbewusstsein führt. Also die dauert ungefähr so 50, 55 Minuten, wo du die erste Hälfte, die Induktion hast, dann die Vertiefung und dann einen Weg bekommst zum Zugang zum Unterbewusstsein und dort dann Manipulationen durchführen kannst. Und wir werden dort direkt eine Sache verankern. Und zwar verankern wir drei Schwerpunkte. Auf der einen Seite verankern wir das Thema Traumerinnerung. Das heißt, du wirst in diesem Zustand, also die erste Hälfte der Frequenz läuft in Alpha-Frequenzen. Sozusagen die Alpha-Brücke, weil wenn du im Wachzustand bist, bist du in Beta-Frequenzen. Wenn du deine Augen zumachst, dann kommst du schon langsam in Alpha und wenn du dann in die Schlafzone gehst, bist du in der Regel im Täter drin. Und die meisten haben schlechte Erinnerungen, weil sie sozusagen aufwachen vom Täter und sofort im Beta sind. Aber der Trick ist, dass du regelmäßig Alpha trainierst. Das ist sozusagen die Brücke vom Schlafzustand in den Wachzustand. Und wenn du regelmäßig Alpha-Frequenzen hörst und vor allem das verankerst in dem Unterbewusstsein, dass du dich an das erinnerst, was hier in der Nacht abgegangen ist, dann wirst du sozusagen die Brücke, die Alpha-Brücke trainiert haben und du wirst dann in der Früh aufwachen und wirst du denken, ja, ich kann mich erinnern vom ersten Augenblick, was ich erlebt habe, als ich die Augen geschlossen habe und eingeschlafen bin, bis hin zu dem Punkt, wo ich da aufgewacht bin und du wirst die volle Erinnerung haben. Also auf der einen Seite deine Traumaerinnerung wird verankert, dann wirst du Zugang zum Unterbewusstsein auch an sich verbessert haben und dann verankern wir in dieser Hypnose und in dieser Technik, wie du dich an Erinnerungen, die du nicht mehr hast oder an Informationen, die du benötigst, also jeder kennt das vom allgemeinen Leben, also, ah, fällt mir gar nicht ein, na, wie hat da nochmal geheißen, eine Technik verankern der Hypnose, wie du dich dann zurückholst. Und zwar, indem du die Augen zumachst, dir vorstellst, dass du durch einen Lichttunnel fliegst, wie bei einer Nahtoderfahrung und dann hier rauf klopft, auf die Stirn und dann das Codewort Recall sagst und damit komplette, die Erinnerung, auf einmal ist die wieder vollkommen da und du wirst auch mal wissen, ah, da habe ich es verlegt, ach, so heißt der und so weiter. Klappt relativ gut, ich habe das selbst angewendet, mehrmals die Technik gehört durch die EEG-Tests, die ich gemacht habe und immer im Laufe des Nachmittags und Mittags dachte ich mir so, hm, was habe ich gestern erlebt, ah, ich weiß es gar nicht mehr, es mich da Augen zugemacht, Tunnel vorgestellt, geklopft, Recall, Recall, zack, der volle Traum war wie so ein Knopfdruck, zack, so voll wäre er da und ich konnte sofort mir einen Anker holen und von dem Anker die ganze Erinnerung durch die Alpha-Brücke, die trainiert wurde und durch die Hypnose im Unterbewusstsein verankern und sozusagen wieder zurückholen, also Traumerinnerung, Zugang zum Unterbewusstsein und vergessen Informationen, Träume mit dem Anker zurückholen, ja, und mit dem Code dort Recall und Vorstellung des Lichttunnels mit den Klopfen auf die Stirn sozusagen diesen Anker setzen und dann hast du sozusagen das Werkzeug auf der einen Seite eine bessere Traumerinnerung zu haben, hilft dir grundsätzlich für außergewöhnliche Erfahrungen, lucide Traume und so weiter, dass wenn du es erlebt hast und intensivere Träume zu erleben und das öfter zu erleben an sich, weil wenn deine Traumerinnerung steigt, dann steigt passiv auch deine intensiveren mystischen Erfahrungen und dann hast du ein Werkzeug für den Alltag, wo du sozusagen Informationen und Träume oder vergessene Sachen zurückholen kannst, ja, also ein sehr dienliches Werkzeug, finde ich und das ist sozusagen das neue Master Your Consciousness G3, ich habe das Cover neu gemacht, komplett umbenannt und eigentlich die komplette Frequenz komplett neu gestaltet, ja. Gut, falls du innerhalb der letzten 30 Tage G3 gekauft hast, logge dich einfach im Shop ein, gehe in Übersicht, gehe in deine Downloads, dort kannst du einfach kostenlos downloaden, falls du sie immer erworben hast, kannst du sie entweder mit dem Gold Membership einfach kostenlos dann updaten, einfach dann alles, was du je gekauft hast, einfach jederzeit wieder die neueste Version holen oder halt dann die neue Version dann holen. Meistens habe ich einen Gutschein Invo per Mail, falls du in meinem Newsletter drin bist, ja. Gut, in dem Fall wünsche ich dir viel Spaß, es gibt noch ein eigenes Video, ein Nutzungsvideo, wo ich dir Techniken zeige, wie du diese Technik, wie du diese Frequenz am besten nutzt, damit du sozusagen das Maximale rausholst, die baue ich dir hier irgendwo ein und wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß mit der neuen G3 ab, heute ist sie sozusagen verfügbar. Also, bis bald, tschüss. Bis bald, tschüss. Vielen Dank.